Hier oben wohnt Helene Fischer. Sie hat hier eine Bentonswohnung in diesem Haus. Direkt mit Blick auf den Keil. Sie dann jeden, der uns das Schiff anlegt, gleich jetzt schneller losfährt. Hier sehen wir noch das roten Wiesenrad. Hier die Kostanee und die Kostanee. Die Kostanee und die Kostanee und die Kostanee und die Kostanee.